Hallo zusammen, ich bin Rob von Multihawk. Ich werde Ihnen in diesem Video die wichtigsten Eigenschaften des CX-75 zeigen. Zuerst die Federung. Diese Maschine weist eine vollständige Stoßdämpfer- und Schraubenfederung auf, die sehr bequem für den Bediener ist. Die Rundum-Sicht aus dem Fahrerhaus ist einfach umwerfend und außerdem ist die Maschine mit einer Breite von 1150 mm extrem kompakt. Sicherheit ist sehr wichtig für uns, weshalb die Gelenkfelle vollständig abgedeckt ist, sodass das Gerät keine freiliegenden, sich drehenden Wellen aufweist und wenn man sich das Heckteil ansieht, so ist es sehr niedrig und selbst mit am Heck angebrachten Anbaugeräten liegt der Schwerpunkt so tief wie möglich und erhöht damit die Stabilität. Und die Wartungsfähigkeit dieses Fahrzeugs ist mit all den sich öffnen Paneelen und dem kippbaren Fahrerhaus wirklich beeindruckend. Untertitelung des ZDF für funk, 2017